Mediamarkt präsentiert Olli Dittrich in Unsere härtesten Kunden Du hast doch gesagt, wir kaufen Kühlschrank So wie du kochst, guck ich lieber Fernsehen Kann ich helfen? Du stöhr mal nicht, Alter Ich zähl grad die Pixel auf der Mattscheibe Das müssen sie nicht Der Philips 52 Zoller hat 1920x1080 2.073.600 Pixel Astrain, du bist ja völlig durchgeknallt Mediamarkt, ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Suchen Sie jemanden Ja, hallo Ich bin die Petra Ich bin eine moderne Frau Ich halte mich mit Pilates fit Und ich suche auf diesem Wege einen zuverlässigen Partner Der hat mir mit viel Power die Welt erklärt Da habe ich einen für Sie Schlank, stark Und sexy Das ist ja rattenscharf Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Schick das Gerät, wa? Intel Dual Core 2 Duo T7200 Hat alles drinne Grafikkarte, das ganze Programm Zwei-Gig-Maloche-Speicher Der muss ja auch ein Deck schaffen, der Hobel WLAN, integrierter DVD-Brenner Das meinst du? Ist im Angebot Das ist mal eine super Beratung Nehm ich Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Grüß Gottle Grüß Gottle Können Sie dir mal in den Fernseher einstöpseln? Sehr gerne Es ist perfekt für unser Urlaubsvideo Mein lieber Bruder hat alles festgehalten Du hast aber auch gefilmt, gell? Immer wenn du geschwommen bist, habe ich gefilmt Und immer wenn du geschwommen bist, habe ich gefilmt So ist richtig Das habe ich jetzt aber nicht gefilmt Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Ich auch? Kann ich helfen? Tag Wir suchen ein Flachbildschirm Du hast doch gesagt, wir kaufen Kühlschrank So wie du kochst, gucke ich lieber Fernsehen Und warum wirst du dann immer fetter? Weil mir das besser steht als bei dir Pff Hier Da habe ich was für Sie Kühlschrank und TV in einem Gerät Nehmen wir Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Kommen Sie mal her Nicht so nah ran Kann ich helfen? Ich suche so ein Handy Meine Assisante, die Nadja Die hat so ein neues Ding Mit so einem Klingelton So Diddlung Ding Sie meinen das von Nokia Nein, ich meine das von Nadja Das ist das von Nadja Ach, jetzt plötzlich Meine Güte Einpacken Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Hallo Hallo Was machen Sie denn da? Siehst du doch Wollen Sie denn damit nicht lieber warten, bis wir Ihnen das Gerät geliefert haben? Wieso? Wann werden das? In 24 Stunden angeschlossen bei Ihnen zu Hause Muss ich ja langsam los, ne? Ei, ei, ei Ist ein Stress, ne? Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Kann ich Ihnen helfen? Sagen Sie mal, junger Mann Das Waschmaschinenchen da Wie können Sie ja auch nach Haus? Wohin Sie wollen Auch ins andere Ufer? Werden Sie mir Ihre Postleutzer verraten? Kommen Sie mal rüber hier Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab So, Herr, Herr Mediamarkt Jetzt hören Sie mir bitte schön zu Ich habe keine Lust, mich permanent zu wiederholen Sie packen mir jetzt dieses Dings da ein Dann liefern Sie das zu mir nach Hause Und dann schließen Sie mir das auch bitte schön noch an Noch Fragen? Nein Wieso nein? Wieso nein, nein, nein? Wieso höre ich immer nur nein, nein, nein? Nein heißt ja Klar schließen wir an Ach nein Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Was ist denn? Ja, hast du nur eine Waschmaschine oder was? Ja, ich stehe gerade davor Ja, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, oder? Ja, ist toll, hat alle Programme Ja, und wie viel Umdrehung? Warte mal, wie viel Umdrehung hat er? Sie meinen Pixel Ach Wie über zwei Millionen Hast gehört Über zwei Millionen Oh, hör Nehmen wir Einpacken Mediamarkt Ich bin doch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Ciao, Bella, eh Ciao, Bella Ciao, Bella Du bist eine Anceloche Und bist du nackt? Du bist gar nicht gemeint, du Idiote Ich sag doch nicht zu dir, ob du nackt bist Was ist das für ein Quatsch? Das ist Babin So welche? Das Nokia, das steht Ihnen eindeutig besser Das ist Gold, oder? Mediamarkt Ich bin noch nicht blöd Das kaufe ich euch ab Ach, die mag ich nicht Wie wär's denn mit dieser hier? Die rote Ach, die mag ich nicht Die vielleicht? Die mag ich nicht 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 Wie wär's mit der hier? Mit dem Morgi. Miriamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Das kauf ich euch auch. Da kiekst du, wa? Ich gewinn's. Danke nochmal für das Moodbook. Ja, ich erinnere mich. War damals im Angebot. Mit dem Hobel ist es mir gelungen, alles hier miteinander zu vernetzen. Aber weißt du, was das Ding ist? Ich mach's nicht. Aber wenn ich hier drauf drücke, passiert folgendes. Miriamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Das kauf ich euch ab. Ha! Was ist heute dein großes Ziel? Du wirst mir diese Digitalkamera verkaufen, weil du es kannst. Jimbo! Das ist die Alpha 700. Sehr gut! Fünf Bilder die Sekunde. Das kannst du besser. Komm, 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 komm. Die ist jetzt im Angebot. Die nehm ich. Speicherkarte? Nehm ich. Kameratasche? Nehm ich. Stativ? Nehm ich auch. Ich würde sagen, wir beide gehen mal zum Fernseher. Jimbo auch. Miriamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Das kauf ich euch ab. Das kauf ich euch ab. Das kauf ich euch ab. Das kauf ich euch ab.